hallo mich seht ihr selten vor der linse aber diesmal wollte ich es mal wagen da ihr ja auch mal vor die linse müsst bei mir und zwar letzte woche war ich in ostbevernbrook da gab es einen ganz tollen zug und zwar ein zug vom erntedank auf diesem zug waren 60 gruppen und ich habe die begleitet schon vorher in den wochen wo sie vorgebereitet haben die wagen aufzunehmen ich habe den erntedank von ostbevernbrook gefilmt und nicht nur den zug sondern auch die vorbereitung die jungs haben mit mir schöne sachen gemacht abends gab es immer eine leckere bratwurst und das hat mich sehr gefreut und dafür sollt ihr jetzt auch mal belohnt werden mit einem kleinen filmchen hier zum einstieg eine dvd wird irgendwann im dezember erscheint es ist ein teil der brennenlage natürlich nicht intakt bei der arbeitsfilm so sieht es aus so sieht arbeit aus bei der polen die älster nach wagen ich glaube es wohl auf die jungen gucken alle zu einer muss das ja machen das tun wir mal so als wenn wir euch was angeht ist aber getrunken bis mittag alles im namen der wissenschaft ja ja dass warte mal warte mal da war Ja, glaube ich, genau. Wer ist hier? Ja, danke. Zack. Wie vor 100 Jahren. Und jetzt gibt's heute auch wieder Neuzüchtungen, wo Weizen und Kran drin ist, wegen Dammwild und Wiersche. Die gehen da nicht mehr dran, ne? Zack, zack, zack. Mach die nach. Die kann das schon kaputt putzen. Warte mal, wir haben ein Problem. Oh, womit? Wir kriegen mal den Koffi da raus. Auf aller Seite. Da wird zugebaut. Da brennt es ja nach dir. Bleibt der jetzt drin? Weißt du was? Nein, der muss ja raus. Hallo. Wie heißt denn die Kuh? Lena. 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 Lena K. Wo kommt ihr weg? Ja, unten Brug. Wir sind die Bröker Kuchenhossenschaft. 2.000 Elben habe ich gegründet. Weil wir ja keiner mehr da was mit der Kohl rauskommen wollen. Den Kampf, den können wir wohl ja fertig machen. Ja. Ja. Der Eselkerl. Ne? Da eignet sie. Doch nicht. Jo, loll uns wieder. Hörbleiben. Wir warten. Jo, jo. Hörbleiben. Jo, jo. Hörbleiben, Nina. Jo, lala. Komm, Ihnen, Nina. Hörbleiben. Hörbleiben. Da haben wir sie alle beieinander. Ja, alle da. Ta viaje. Jetzt. Ja. Also 힘들 können. Hausfalt, mach, mach man. Tschüss. Zer感覺. Räumen. Neutапianoche. Hundraus und Tilabiern. Glock. An woke ich heute nicht, Van Bremsen. Glock. An so k impressiver Kupfer. Zum tampoco. Ja, hallo! Hallo! Was muss ich sagen? Wie heißen eure Truppe? Sind die Damen gerade aus Bro? Ohne Getreide, kein Brot. Und jetzt aber, und jetzt abonnieren!